Die Engländer wirkten robuster, hatten mehr vom Spiel. Und sie gingen wieder in Führung und das mit dem zweifellos am meisten diskutierten Tor in der Geschichte der WM-Endspiele. Hurst Schuss ging an die damals noch vierkantige Latte. Schiedsrichter Dienst lief sofort zu seinem schnauzbärtigen Kollegen Bachramow. Der hatte das Tor aus dieser Sicht aber nur einmal und in Realgeschwindigkeit gesehen. Tatsächlich war der Ball genau von der Torlinie aus zurückgesprungen. Aber Tatsachenentscheid 3 zu 2 für England, 101 Minute gespielt.